herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von was auch immer warum sagt diese rechte bildschirm auf der kamera so extrem der kommt irgendwie mit eben so schräg steht kommt nicht so ganz klar da ist unser haus glaube das heißt jetzt mal an der insel da ein bisschen rum vielleicht finden wir da ja schon was direkt jetzt müssen schon viel sand so weißt du was hier ist eine schlucht mit ein bisschen glück kommen hier ist wasser wir haben überhaupt keine fackeln dabei ne ok wir gehen also direkt nach oben so wir haben keine axt dabei wir haben alles dabei außer einer axt ernsthaft jetzt mein leben es sieht an mir vorbei warum mag es mich nicht ab nach hause kein bock mehr können wir gleich mal den fisch auspacken weil den brauchen wir wahrscheinlich nicht und actually können wir das hier schon mal anziehen briederfass rüstungspunkte rüstungs... nee sonst... ey wow wir haben ein halbes schild wir sind zu gut gut ab nach hause die sonne ist auch schon wieder schön tief die dürfte also bald untergehen von daher müssen wir gleich mal pennen oder so so wo ist die axt ach ich bezahle mache ich doch so ich meine wie gesagt wir können doch erwarten bis hier zombies kommen aber wir haben ja in der einen letzten nacht gemerkt wie ineffizient das ist da war sogar ewig und dann kommen zig milliarden krippe und alles nur keine zombies bringt also alles nicht so viel von daher ich brauche auch nicht mehr so dann haben wir eine axt wir haben eine axt hacke und eine axt die fische packen wir hier rein so schön nach hier unten und wieso keine ahnung so fackeln haben wir nicht doch so schön leder brauchen wir auch nicht ob wir da jetzt ein bisschen was haben komm mal gleich wir können wir ein bisschen rüstung... ein bisschen rüstungkräften zum beispiel... ah ne die haben wir ja schon... das heißt das hier... wir bräuchten noch ein leder ja komm... machen wir zuerst erstmal das hier... so... dankeschön... dankeschön... irgendwie so... haste dich... blöd schwein... so... freie bahn mit manzipan... so ruhig... weißt du... wenn du so durchs wasser schwimmst... platzgeräusche so laut dass das trommelfell platzt... aber wenn du mit dem boot mit 180 zachten durchs wasser... schleichst... haste so... welche diesen... diesen stealth modus aktiviert... so... Licht... ok da gehts wieder hoch... sieht dies ja vielversprechend aus... nö... hier gehts direkt wieder raus... ok... das war schon mal gar nichts... jetzt wurde das erklärt... dann ist Eis... wow... so viele schöne Delfine... übrigens haben wir überhaupt nichts am essen dabei... außer diese beiden... Rundinger... na super hier... also hier am Eiswilf... werden wir erst recht nichts finden... ok dann ist das wieder normal... ich fuhre wieder mal weiter... oh... Felswand... gibt es ein Dungeon... ok wir werden hier mal an Land gehen... und dann mal gucken... ob wir hier fündig werden... ähm... wir gehen mal hier dran an Land... ähm... 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 sag schon... das Zeug ist wegen Rüstung und so... auch wenn wir gerade mal ein einziges bekommen haben... das ist nicht so geil... so... wie sieht es denn da aus... wenn wir jetzt hier so rauf gehen... Pfff... sehen wir denn einen schönen interessanten Ort... oder... guck mal hier geht es noch rein... hier ist ein Hase... aber sonst gibt es hier gar nichts... so... sieht es zumindest nicht so aus... gehen wir mal lieber auf die andere Seite... da war nämlich auch noch eine Schlucht... eine Burg... zugegen... wow... Alter... wie hier einfach jetzt mit Blumen alle abkrepieren... nicht... nicht dass wir Blumen brauchen... aber wenn es immer so viele gibt's... so... schon mal hier hoch... und gucken mal... wo kann sie hier... ob es hier so ein Befestes gibt... Sieht nicht gut aus... da ist die Zentiprimierter... vor allem ist wahrscheinlich auch nichts... sinnvolles... hm... nope... du kommst hier... ein... Hern". Wir haben bei sowieso gar keine Kohle So, natürlich gibt es ja auch keine Kohle Also extra hier wieder in den Berg rauf Oh, Kammelfleisch Na, geht schon hier lang Also eigentlich gibt es schon mal Kohle Oh, Kammelfleisch Oh, Kammelfleisch Oh, Kammelfleisch Oh, Kammelfleisch Dann werden wir diese Höhle aber auch erstmal mal ein bisschen nach unten verfolgen Ganz ehrlich, wir nehmen die Fackel hin Damit sie ein bisschen ausgeleuchteter ist So Aber vielleicht mal ein bisschen Nahrung Und Nahrungstechnik sieht bei uns gerade echt ein bisschen übel aus So, natürlich obligatorisch erstmal die beide essen Immer schön Kammelfleisch Das ist gesund und hält jung Und wir haben jetzt die Fleisch gekocht Das heißt, die Kohle war auch kaum verschwendet Ist doch easy So Alter, wie der glüht, ne? Dieser Ofen Dankeschön Und wir gehen jetzt runter Ich steige hier nach in die Höhle des Löwen Oder so Okay So Hier haben wir schon mal Lava Lava ist schon mal ein gutes Zeichen dafür Dass die Höhle etwas größer und tiefer und beides ist Wenn wir schon mal hier sind Und sich die Gelegenheit bietet So Komm ich da ran Ja Easy Also Eigentlich gibt es hier zumindest schon mal Aber ein Dungeon sicher nicht Nirgendswo Okay, hier geht es noch weiter runter Oha Okay Die Höhle ist schon mal etwas größer zu sein Das ist schon mal sehr angenehm Denn damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit Dass wir hier In welcher Art auch immer Zombies zu Gesicht bekommen Auch wenn ich hier noch kein Dungeon Und so erkennen kann Wobei ich höre schon wieder welche Also Monster Da ist ein Dungeon So wie kommen wir hier noch ein bisschen So wie kommen wir Ach da ist der Eingang So Jetzt geht das Wasser mit dem Dungeon rein Warum hasst mich diese Welt eigentlich Ich verstehe das nicht Okay Dieses Wasser hier macht mich gerade ein bisschen gaga Verschwinde Cool ich folge mit dir Danke Goddammit So 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 So. Aha, 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 ja, oh. Rote Beete, okay, können wir uns einpflanzen. Ist ja schon mal der halbe Miete. Ist zwar primär nicht das, was wir wollen. Aber, komm, ganz ehrlich. Ähm, Milon haben wir schon. Ja, das ist alles nicht so, dass wir es versuchen, okay. Das heißt, wir bauen dann mal hier die Fackeln wieder ab. Und können damit... So, die Fackeln mache ich mal da. Oder noch besser. Hier ein bisschen so in die Ecke. Dann habe ich so ein bisschen Indirektbeleuchtung. Und die Fackel kommt aber ab. So. Jetzt ist es dadurch, wie es nicht wesentlich dunkler ist. Problem ist halt, wir haben kaum Holz. Wir haben da kein Holz. Da, fuck. Ah, na los. Wir brauchen mehr Mutz. Da kommt natürlich die Achtung von oben. Ah, na los. Da kommt natürlich die Achtung von oben. Und das Schwert ist gleich weg. Dann haben wir nichts mehr zum Kämpfen. Ich meine, Schaden machen wir können doch auch nur. Sollte ich vielleicht doch mal. Und noch die Aufblääd. Es wird viele Informationen genommen. Soll das sein? Warum nicht immer schon egal. Wir müssen gucken 친 keine karotten, kein gar nichts ich meine, wie gering ist die wahrscheinlichkeit, dass karotten oder so das korn werden? denn hier ist korn der wirklich egal, das hier ist, wir bekommen nur 80 gammelfleisch da, haben wir schon 30 Stück davon so 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 Das Schöne ist, dass wir die Zombies immer schneller abgebaut bekommen als die neuesten Wobei ich glaube, wenn zu viele Zombies da sind, spawnen wir noch nicht mehr nach Das heißt, dass nur dann wird sie spawnen, wenn die Anzahl der Umgebung nicht mehr als eine gewisse Anzahl anbaut ist Oh, wir sollten mal was essen Das Kämpfen macht uns auch gar nichts abgehoben, wie ich gerade Dann sind wir uns erstmal ein bisschen satt So, dann erwartet die Hände noch gefüllt so Ach komm Jetzt doch Da hat er getoffelt Schnell Komm ich da ran So Äh, was jetzt? Weiterpick Den brauchen wir noch irgendwie noch mit Karotten Aber es heißt, spawnen kalt mit Kartoffeln und Karotten Nur streitet werden Dann werden wir schneller, wenn wir doch finden So Ja Also Dann Dann Wir haben uns noch nicht auf die Karte Okay, jetzt habe ich schon in der Hand, das ist nicht so laut. Wir haben alles, was wir wollten, weg hier. Da uns war gerade eine Fledermaus, lol. Wie geil ist das denn? Äh, raus ging es nach da, ne? Ja. Meine Güte, das hat ja gedauert. Ich meine, wir haben jetzt immer noch eine geringe Gefahr, dass... Obwohl, eigentlich nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, dass beim Ernten wir keine, also wenn wir jetzt die eine Karotte und die eine Kartoffel ein, äh doch, bei der Kartoffel haben wir die Gefahr, wenn wir jetzt die eine Kartoffel ein ernten, dass wir denn nur eine verrottete Kartoffel zurückbekommen. Das wäre natürlich eine reelle Gefahr, deswegen sollte man normalerweise, wenn man warten mal mehrere Kartoffeln und mehrere Mutten hat. Ähm... Aber ich meine, das hat ja so schon drei Jahre gedauert und viel länger warten, hab ich jetzt auch kein Bock. Äh... Deswegen leben wir jetzt ganz schön gefährlich, actually. Aber wie gesagt, wenn wir doch noch mal was brauchen sollten, war da hinten, ne? Wenn wir doch noch mal was brauchen sollten, dann mach ich's aber anders, denn, also zum einen wissen wir jetzt, dass da ein Dungeon ist, auch wenn wir das wieder definitiv vergessen werden. Wo ist ein Ei? Ich hab ein Ei gehört. Ähm... Auch wenn wir definitiv das Ding vergessen werden. Also ich. Und zum anderen ist aber vor allen Dingen auch so, dass ich dann wahrscheinlich doch eher ein Village suchen würde. Also hier so ein Dorf. Normalerweise sind sie auch relativ häufig, aber noch haben wir überhaupt keins gesehen bisher. Verstehe ich gar nicht, warum wir noch kein einziges gesehen haben. Wir waren ja schon ein bisschen unterwegs. Also das Haus müsste da sein. Äh... Aber ich glaub mal, Village suchen ist dann schon fast einfacher. Weil dort drin waren massig Karotten und massig Kartoffeln. Aber wie gesagt, haben wir halt nur noch nicht gefunden. Ähm... Was war das denn bitte? Wohin... Da... Fuck? Richtenten... Was? Da schwimmt glaube ich irgendwas, aber keine Ahnung, was das ist. Hey! bin ich aber jetzt gespannt klar warum spawnen die Skelette auf dem Ding LOL also wir sind voll also hat er sich auch getroppt leck mich egal wo das egal erstens wo kam da gerade dieses skelett her warum hat es uns so schnell down gemacht es muss ja wirklich direkt auf unserem schiff gespawnt sein so 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 what so erstmal die tasche leer machen bevor wir irgendwas machen können jetzt haben wir natürlich zig milliarden pflanzen komm ich mach noch eine kiste das ist ja hier kriegst du eine krise kriegst du daher wir haben definitiv zu viel scheiß ich will sterben so kiste ich stelle hier insofern da kommt jetzt erstmal die ganze zeug rein so denn ganz wichtig weg mit dir weg mit dir du kommst noch da und du kommst noch da ich habe die tür jetzt schon ich habe mein ganzes leben jetzt schon so alter wir haben hier viel zu viel stuff oh mein gott was kann hier raus du kannst raus hier kann so vieles raus und doch gar nichts so hat man sich auch hier mit rein die ganze zeug alles was irgendwie blockware ist alles was in der fette sind kommt da rein du bist keine blume und wer für drei äpfel wow leider noch kein enchanted apfel aber okay man kann nicht alles haben so holen wir jetzt unser boot ach scheiße auf das boot interessiert keine sau okay was ich jetzt zu aller erst mal machen würde bevor irgendwas wo wir haben 53 knochen jetzt werden wir diese mal einsetzen wo wir kommen jedes mal drei stück wow ok 30 reichen erstmal hoffe ich so und jetzt meine damen und herren platz machen für das wirklich wichtig auf dieser welt ja und damit sind wir auf der sicheren seite wir haben von jedem mehr als eins und damit ist es von der wahrscheinlichkeit her nahezu unmöglich dass das noch vergeigt werden kann so habe ich gerade so krass gepflanzt ne upsili Entschuldigung wow schon gewinnen auf einmal hier äh geil alter mhm da kommt freude auf tralalala ja komm cool dann können wir ja jetzt wirklich actually dann bald mal anfangen schweine zu äh holen oh ist das cool guckt euch das an und ja ich drücke immer gleich direkt drei mal drauf ich weiß manchmal brauchen wir nur zwei mal klicken manchmal sogar nur einmal oder so keine ahnung aber ich habe mir einfach angewöhnt immer drei mal rauf zu klicken dann ist es auf jeden fall gewachsen und so muss ich nicht immer gucken ist jetzt gewachsen ist nicht gewachsen ist jetzt gewachsen ist jetzt gewachsen und so viel bohnen wie wir haben drauf geschissen so haben wir hier 16 davon 15 davon da ist das geile ja so muss das sein genau so sollte es von anfang an sein oh mein gott da blüht mir direkt mein hirn auf oh mein gott da blüht mir direkt mein hirn auf so danach ist unser bohnenbill leer ist aber egal weil wir für nichts anderes brauchen wir bohnenbill ich tut es privat und mittlerweile für gar nichts mehr aber hier fürs let's play damit es mal ein bisschen schneller geht kann man es mal machen so und noch einmal oder zweimal wir haben so viel davon so ok das war's ab jetzt nur noch einmal abernten und dann können wir einmal regulär alle pflanzen äh äh was war das jetzt hier da kommt danke so ok jetzt müssen wir mal gucken wie wir das am besten einstellen also wir haben äh ich würde mal sagen wir äh man muss ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn gut das hier ist ja eigentlich eher so 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 haben wir neun und bei neun passt es ganz genau kann man nicht genau immer drei ist nicht gleich viel weil die sind nicht ganz gleich lang aber hauptwissens optisch ab jetzt ne alter ist hier halt der scheiße weg das ist das schöne bei diesem saatgut da kann man nicht aus Versehen was essen bei dem morium und Kartoffeln musst du mal aufpassen also naja musst du nicht nur wenn es knapp ist ähm so dass du nicht die Sachen weg ist deswegen habe ich es mir eigentlich mal angewöhnt mich immer erstmal äh also satt zu essen bevor ich Gartenarbeit mache damit ich nicht die Sachen aus Versehen esse weil gerade bei dem Mindtest Game bei den äh bei der Farming Note gibt es halt so viele Sachen die dann relativ selten sind und wenn er die dann aus Versehen isst statt zu pflanzen ist natürlich ein bisschen blöd ich meine kennt man ja aus ne echten auch ne du bist grad bei der Gartenarbeit du bist grad bei der Erdbeere einzupflanzen und du hups hast du auf einmal gegessen kennt man völlig normal ja jetzt haben wir Kartoffeln, Karotten und äh anderes gelinks easy gut dann soll es für die Folge auch gewesen sein und dann können wir jetzt sind es drei oder ja ne sind vier ok aber ganz ehrlich komm das machen wir nochmal schnell hier und schon sind es sechs oooohh beim nächsten mal sind es jetzt also neun und dann zehn äh zwölf huuuu das wird nicht Spaß oder 16 ja dann müssen wir weiterrechnen ne bisschen Kopfmathematik ja cool einschaft ist da draußen ach so die sind einfach so gespawnt ok ganz ehrlich komm das machen wir jetzt nochmal hier schnell ähm das Schwein ist abgestürzt das Schaf auch die stehen nur da und machen gar nix ok so wie sieht es hier aus Schweine reagieren die wenigstens ja ja oh alter die rennen ja richtig was ist mit denen los kommt her alle weiter warte wie die rennen ja da könnt ihr euch schon fast denken das ist eine vielphrase die richtige ronis ja komm äh also ich hänge ja schafft er da kommt er kommt oh mein gott er hat voll die Sortenbecken gegeben hier oh der andere muss es auch noch schaffen oh los ich will die Folge beenden eh doch äh ich habe diese andere Schafe das ist völlig unbeeindruckt wo müssen wir eigentlich hin wir können doch doch hin da kommt jetzt mal über dir oh ahja danke so beide Schafe da äh äh Schweine alter jay 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 Wenn die einmal satz insitzen, sagt er aber die kleinen, da kann ich so viel reinbuttern, wie ich möchte. Guck mal, der hat schon wieder Hunger. Ist ja verrückt. Ich hab denen gerade, ich weiß nicht, wie viele Sachen gegeben. Lol. Ja, cool. Und du so, du bist immer noch völlig unbeeindruckt, ne? Feierabend. Okay, dann ist noch das nächste Ei. Her mit dem Ei, her mit dem Ei. Los, wir können ein Ei haben. Ich liebe ein Ei auf dem Kopf zu haben. Kommt aber nicht ran, ohne angst haben zu müssen, doch. Aha. Sehr geil. Och, nö. Ist das schön, ein richtiger Bauernhof hier. Nice. Und an dem Haus haben wir jetzt überhaupt nicht weitergebaut, irgendwie. Ich meine, wir haben die ganzen Sachen hier hochgebracht. Und halt ein bisschen Garten, ein bisschen da und so. Och, komm, die ersten Sachen sind nicht wieder gewachsen. Sehr schön. Aber wirklich so Haus gebaut. Ich meine, hey, wir haben jetzt eine Tür. Ich meine, wir haben jetzt eine Tür. Eine Tür. Ja. Also keine Wände, aber wir haben eine Tür. Das ist ja schön. Normalerweise brauchst du mal erst alles. Lässt dann hier so ein Loch. Und ganz zum Schluss machst du die Tür rein. Und wir haben es halt genau andersrum, halt. Ja, gut. Das soll es ja damit gewesen sein. Sehr schnieke. So, wir haben mal schnell hier den schönen Server runterfahren. Bop. Also, wenn ihr das auch nochmal gesehen habt. Ähm. Geht's auch zu. Ja, geil. Das heißt, der Mindtest-Server funktioniert jetzt komplett. Alle Mods, die wichtig sind, funktionieren. Ähm. Tiere spawnen endlich. Wir brauchen also auch keinen Mob-Spawner direkt anspawn. Ähm. Ist doch alles geil. Draußen pisst es gerade sich. Also draußen pisst es sich gerade so. Ja. Ne. Äh. Ja. Ist doch geil. Ist doch schön. Ist doch genau so. Ist. Äh. Ja. Jetzt brauch ich nur noch mein verficktes scheiß Motherfucking Glasfaser. Damit ich endlich die Server an den Start bringen kann. Und dann können wir rocken. Ich hoffe echt, dass das wird diesen Monat was. Äh. Äh. Die Monteure sind ja bereits dabei. Äh. Dabei. Ne. Kann alles bedeuten. Naja. Bis dann.